Ja, schön, ich muss ein bisschen kommentieren. Meh. Ah, die Anwälte. Noch mehr Werbung für... Ich weiß nicht, was ich sage. Andi. Das Spiel verfügt über ein System zum automatischen Speichern. Wenn du das rotierende Ding-Sbum siehst, dann geht's los. So, und damit ein herzliches Willkommen zu Bioshock Infinite in Form eines Letz-Rolls. Nee, ein Letz-Sprung ist das. Letz-Roll ist nur Psycho-Nauts. Wie dem auch sei, ein Letz-Sprung und zwar folgendes. Ich habe gestern, also ich muss mal kurz die Geschichte erzählen, wie es dazu kam, sonst kann ich mich hier mal ein bisschen durchklicken. Das finde ich auch ganz lustig. Wie es dazu kam, dass ich hier Bioshock auf einmal spiele. Obwohl das eigentlich schon jetzt, der Hype ist vorbei. Und das ist noch nicht nur das Teil, das ist gerade so eine Zwischenfahrt, wo es kein Mensch guckt. Das ist mir egal. Und zwar folgendes. Ich habe den Twainler zum... den Burial at Sea, glaube ich, gesehen. Also das Story-Hill-C für Bioshock Infinite. Keine Ahnung, wann es rauskommt. Ist mir eigentlich auch relativ wurscht. Beziehungsweise nicht ganz so wurscht, vielleicht schaffe ich es vorher Bioshock Infinite durchzuspielen. Dann würde ich da natürlich direkt am Release-Tag durchstarten, wenn ich es kann. Auf jeden Fall, da verschiedene Komponenten. Ich habe auch Red-It, habe ich einen Thread gesehen über Bioshock Infinite. Da waren dann ein paar Sequenzen drin. Ich habe... das... da habe ich dann Lust bekommen. Dann habe ich gesehen, dass es bei Steam-Angebot war, gerade weil es so ein 2K-Bundle war. Da dachte ich mir so, voll geil, 16,99 Euro. Okay, das nimmst du mit... nee, warte, 15,99 Euro. So, das nächste Ding muss dazu sagen... Wir starten jetzt, muss hier mal los, bevor ich hier Ewigkeiten rumlabere. Das dauert ja sowieso ein bisschen, ich muss ja so ein bisschen rumrennen. Wir machen ein neues Spiel, damit du weißt ja... Ja, 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 möchte ich. Ich habe nämlich schon ein bisschen... Ich muss ja vorher einen Grafiktest machen, ob das noch so klappt bei dem Spiel. Nicht, dass es hier im Ende nicht funktioniert. Das wäre ja voll doof gewesen. Wir spielen auf normal, also wir könnten natürlich auch auf schwer spielen, aber ernst ehrlich, da würde ich mich nur unnötig abmühen und ich würde das Spiel ja durchspielen und nicht hier rumtryharden. Das ist ja nicht so schwer. Ich würde... das machen wir so. Ich muss dazu sagen, ihr könnt mir nicht spoilern, weil ich weiß schon genau, was vorkommt. Ich habe mir bereits ein komplettes Let's Play zu Bioshock Infinite angeguckt. Also ich weiß alles, was kommt. Ich kann durch nichts mehr überrascht werden. Ich kenne die meisten Entscheidungen schon und ich weiß, was zu tun ist. Mehr oder weniger. Also mir... ihr könnt mir nix spoilern. Booker. Hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Der Hall. Der Hall. Robert Lutez. 1889. 1912. An der Küste von Maine. Das ist ein bisschen ein Stück weit in York. Also wenn man sich mal anguckt, die Küste anguckt, dann ist das da. Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen. Rudern. Rudern ist super. Rudern. Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Nein. Aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. 7th Cavalry 1 und 2 steht drauf. Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich über diese Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein. Das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung. Wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Rudern. Tu es doch einfach. Sonst komm mir nie an. Nein, ich meine, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Warum nicht? Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein. Er wird nicht rudern. Richtig, ich werde nicht rudern. Ich verstehe, was du meinst. Ich gebe mir nicht zu. Voll doof. Ich würde aber trotzdem nicht rudern. Vor allem jetzt, wo wir fast da sind, weil ich kann mich auch umsehen. Fällt mir gerade ein. Das sieht doch ziemlich geil aus, muss ich sagen. Ich habe übrigens die Grafik erstmal auf, ähm, naja, auf Anschlag gemacht. Viel mehr geht, glaube ich, nicht. Ich glaube, irgendeine Einstellung habe ich runtergelassen. Aber sonst habe ich hier, glaube ich, alles auf Maximum gemacht, weil mein Rechner schreibt, das ganz gut auszuhalten. Und das sieht halt extrem geil aus, das Spiel. So auf Maximum mal Grafik. Tschüss. Die Lampe. Muss die da so lang schwingen? Macht man das so? Ich meine, wir sind das. Ich glaube, die springen dessen zu herum, dass man dann andere Schiffe, die sehen können. Was haben wir denn hier eigentlich? Was sind das hier eigentlich? Sind das hier so eine Schwimmer? Ich glaube, das ist so eine Schwimmer. Bin ich ganz sicher. Ja, vor allem, weil mein Fluchtboot ist gesunken, auch wenn es sich kaputt aussieht. Guck mal, Münzen. Silberiagles. Noch mehr so eine komische Schwimmdinger. Ich habe aber absolut keine Ahnung von Flüschenzeug. Aber zumindest fängt es mit einem Leuchtturm an. Auch wenn er nicht besonders groß ist. Ich werde uns versuchen, falls du lieber Zuschauer, also du, du einer, das Spiel vielleicht noch nicht kennst oder die Story noch nicht bis zum Ende durchgeballert hast. Ich gucke mich erst mal um. Ich muss natürlich sagen, ich weiß natürlich nicht alles, aber... Mh, Geld. Noch mehr Silberiagles. Ach, komm mit. Ähm, ich bin auch so ein Hamster. Ähm, ich bin eigentlich ein Kingo, aber auch ein Hamster-Kingo bin ich, genau. Äh, David, bring uns a girl and wipe away the depth. Das ist deine letzte Chance. Ich glaube, sie erwarten mich. Also, David, bring uns, bring uns das Mädchen und, äh, das ist deine letzte Chance. Äh, ich muss was sagen, das Spiel ist ziemlich düster, das ist meine Absicht so gemacht, weil ich habe die Helligkeit ziemlich nutrig gedreht. Ich weiß gar nicht, ob das Ausnahme auch auftaucht, das ist nur so eine Sache. Was... ...of the sins Shawl I was say. Achso, ich soll mir hier, ich soll meine Sünden abwaschen mit dieser, mit diesen Kelch hier. Das sind wir übrigens, so sehen wir aus. Das war nicht toll. Viel Glück damit, Kumpel. Ja, meint irgendwie wahrscheinlich, ich möchte, man könnte jetzt interpretieren, dass er dann meint, seine eigene Sünden nicht gut abzuwaschen hat. Komm, Sodom, Shawl I lead say. Ist jemand da? Sodom und Gomorra kennen wir, aber die Story, die, die haben es da ein bisschen zu wild getrieben, die haben wir am ganzen Nacht durchgepartigt und das fand Gott irgendwie nicht so geil und dann hat er die Stücke kaputt über ein Telefon. Können wir jemand anrufen? Guck mal, das ist ein Wireless. Die Olde Time Mage cake Ertown hat geLoatst. Die Olde Time Mage cake Mhm, was ist das? Be при� parallel, er ist seinem Weg. Dann müsst ihr ihn stoppen, C. Mhm, mhm. Kont relative to the duel of, Columbia. Aha. Returning, Stations, Portland, New York City. Die Olde Time Mage cake hier um mann waschbecken kochenes wasser aus dem waschbecken mann und mann tusten online soll attack ich kann nur absolut kein englisch also das heißt mit einer heißen kartoffel sprechen oh wer ist er denn ich bin ja schon reich bevor ich hier überhaupt irgendwie oben ankomme halt das gefühl ach schön sieht es immer an außen wir sind noch nicht mal da also wir wissen ja also wir werden ja bald woanders sein aber vorher können wir uns ja noch kurz umsehen und sehen noch mal die welt ach sie nicht schön so dann läuten wir mal den glocken also ich habe so verteidigen gespielt so und das ist jetzt ja nicht gerade unbedingt dass die lieder rätsel muss ich mal ehrlich sagen was in aller welt ist der ganze himmel gleich rot und ich frage mich ernst was das sein soll weil das ist was ist das würde schon für ein krasses licht dass hier der ganze himmel rot gefärbt wird aber hinten sehen wir noch zwei städte wahrscheinlich drei sogar menschen der rest ist mehr das wasser sieht aber da ist eine kante 4g auf jeden fall geht hier wie licht an also hier muss man auch aus der entfernung sehen wenn es hier so leuchtet die lampen nach oben unerkennbar stuhl mit mit kopflehne ich soll mich wohl in den schicken sesseln da setzen offensichtlich da kann man sich sogar gegen abstützen ist ein super sessel ist das vor allem diese total unauffälligen klammern die da noch dran sind ansessel ne ja ich bin ein pilger ich muss dazu sagen ich habe die untertitel natürlich angemacht hat und was verpassen mal wenn ich rüber laber was kann man hier schönes ich würde gerne instrumenten lesen aber also das ein komischer leuchtturm raketen abschussstation ist hätte man jetzt nicht so gedacht aber naja wir sehen uns noch mal selber ist das nicht schön das ist eigentlich hinter uns das kolumbia ich muss mich echt zurückhalten nicht zu spoilern ne also das weil ich weiß ja schon alles was passieren wird ich kann doch schon alles erklären all das meiste zumindest das stand in den wolken die wird garantiert nicht von diesen paar propeller in der luft gehalten das wird hinterher auch noch mal erklärt warum die dinger fliegen also die lüftstoffe jetzt nicht die fliegen weil sie lüftstoffe sind aber die gebäude die fliegen ja auch nicht ganz alleine obwohl man sich ernsthaft fragt wie sie sich vorstellen wie die stadt gebaut werden sollte ich meine das muss man ja irgendwie alles a hochschaffen und b irgendwie bauen Faser Comstock Arab Prophet der Prophet hey wir sind gelandet eigentlich ziemlich gut dass du die rakete erst auf einer leine findest und das ohne hightech eigentlich beeindruckend ähm bled why would he send us saber to us also warum würde er unseren Erretter senden wenn er nicht seinen Finger für unsere eigene Rettung erheben würde ne halt Servation heißt nur was anderes aber irgendwas mit sie verdient keine Gnade und er hat uns zu diesen neuen Eden gebracht unsere letzte Chance unsere letzte Chance für äh Büße glaub ich heißt redemption ähh ich will meinen schlechten Englisch aber wir hören hier im Winter auch noch ein bisschen Musik das ist auch ganz toll Musik köp' man ja immer wieder gerne dun 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 und das Vorfeld schaue die Leute zu den neuen Eden ah das neue Eden ich meine das alte Eden war nie kaputt fällt mir doch immer so ein dass da wurden ja nur die Menschen rausgekickt das Eden auf einmal nicht mehr da war glaube ich ist in der Bibel nicht zu lesen soweit ich weiß wahrscheinlich sind diese Bibel voll hier wir haben ja Lebenspunkte balken juhu ich bin mir sehr gespannt wie weit wir kommen ja komm ich jetzt hier nochmal los was ist das ja nicht ach das ist das Druck das ist ein Barometer das so rechts das Ding da ja sieht schon sehr epische aus hier was ist das andere hier noch das ist auch ein kleiner zweimal ach ne Pressley Co da steht nichts mit Pressure 1987 1987 warum steht da 1987 drück ja eben bei der Navigation ja das merken wir uns am besten mal aber ich sehe es da vorne glitzern und glitzern ist immer gut Geld ja ach so man sieht die Rakete gar nicht mehr so richtig das ist ja auch stockenduster so sieht das Ding aus die ist einfach nur spitz ok ich denke auch man sieht von den Dingen wie mehr das ist ja einfach nur eine Kammer das sieht natürlich auch sehr interessant aus na gut dann ich frage mir übrigens wer ernsthaft diese tolle vor allen Dingen da muss ja immer genug Wasser nachlaufen da muss man nicht richtig was gedacht haben aber das ist ja eigentlich auch voll gefährlich wenn man hier mal runter fällt willkommen welcome center hm schön ich glaube ich habe die Übersetzung ausgeschalten da sind weil wir plündern auf jeden Fall erstmal hier durch Geld kann man immer gebrauchen man weiß ja nie die Pilgern alles kaputt machen wir müssten eigentlich bald immer unser erstes Oxophon finden also das ist das orientiert sich halt ein bisschen also das ist natürlich schön da ich euch schon alles weiß kann ich ein bisschen erzählen und ausschweifen hier muss ich die ganze Zeit rumwandern oh wo ist das denn jetzt hier schön ist ähm das ist ein Oxophon das ist quasi da gab es ja schon einen Bioshock diese Tonbänder ich glaube einen System-Schock auch jetzt können wir uns ja was anhören was Lady Comstock zu sagen hat Entschuldigung wo bin ich hier Im Himmelfreund oder dem was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen aber gäbe es keine Sünde wozu bräuchte man Vergebung keine Ahnung ich habe wirklich keinen Plan für man Vergebung bräuchte überhaupt Dämpfen heißt wahrscheinlich Vergebung und ich büße würde ich erstmal stark vermuten ja die sehen hier auch immer sehr toll aus also die haben auch alle irgendwie glaube ich ziemlich nasse Klamotten die gucken auch alle so wie gesagt das halte ich hier für gemeingefährlich mit diesen Treppen und diesem Wasser ich weiß ich das ausgedacht hätte klar das reflektiert sich schön wenn man sich hier die Wände anguckt sieht klasse aus aber Volume warte mal das ist warte mal ist hier vielleicht oben da auch noch die Glocke ah guck mal da ist der Schlüssel Clay was? Claven? ich habe keine Ahnung was bedeutet das andere ist hier Gladium warum ist denn da ein Schwert vorhin war da aber da war die Schriftrolle da war noch eine Glocke statt ein Schwert warum ist denn das hier anders als unten ja doch unten auf dem Turm und jedes Jahr an diesem Tage Prediger Witting merken wir uns den Namen Witting mal erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt und unseren Propheten Vater Comstock ey die die haben richtig nasse Klamotten wir erneuern es durch Opfer und Danksagung ich kann das hier echt ernst zu meinen die süßen Wasser der Taufe und seht hätte der Prophet unsere Feinde bei Wounded nie vernichtet und das Sodom unter uns nicht verflucht es wäre genug gewesen hätte der Prophet nur das Sodom unter uns verflucht nicht auf die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen es wäre genug gewesen hätte der Prophet nur die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen aber die Männer eigentlich auch aber die Männer haben auch Kleidern und nicht für unsere Erlösung gebetet es wäre genug gewesen hätte der Prophet nur für unsere Erlösung gebetet und uns nicht in dieses neue Eden geführt es wäre genug gewesen hätte der Prophet uns nur in dieses neue Eden geführt und nicht die Fiebern des Orients ausgelöscht es wäre genug gewesen hätte der Prophet nur die Fiebern des Orients ausgelöscht aber nicht den Verlust seiner lieben Gattin erlitten es wäre genug gewesen genau hätte der Prophet nur den Verlust seiner lieben Gattin erlitten aber nicht die Vox Populi vertrieben es wäre genug gewesen Vox Populi Stimme des Volkes würde ich mal stark vermuten weiß ich auch weil ich hab ja schon gesagt ich hab ja nicht geguckt ist das ein neuer? aus dem Sodom unter uns? ne Gomorra eigentlich um sich reinzuwaschen vor unseren Propheten unseren Gründern unseren Herrn ich suche nur den Weg in die Stadt den Weg in die Stadt ich komm aus Gomorra nicht aus Sodom wichtig Gomorra nicht Sodom Bruder der einzige Weg nach Kolumbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe willst du geläutert werden Bruder sieht mir aus wie stick normales Wasser aber da darfst du da umkehren und wieder in die Rakete steigen ja die Rakete vorher 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 weiß er ja nicht was eine Rakete ist ich meine wir haben 1912 ich taufe dich im Namen des Propheten im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn uah Wasser Gitt das ist überhaupt noch was für was wir am Gründer guck mal der Typ ist blind so wie es aussieht oder? aber das erklärt doch eigentlich nichts dass er blind ist oder? also die Augen sehen zumindest so aus wie die Augen glaubst du sie blinde Augen aus wenn ich mich recht entsinne das würde einiges erklären mal sehen ob ich noch dran denke wenn ich das rechtzeitig erwähne oh was ist jetzt los? Flashback ist das hier eigentlich Dinger Wrails 2 ach Pferderennen sind das wenn ich das stimme Zigaretten oh Tabakko also im Bett sieht doch immer richtig gut aus vor allem erscheint die ja nicht dauerhaft zu gründen aber guck mal das ist hier nur eine Reisetasche der hat auch keine Idee er hat ein bisschen Alkohol was tun wir hier noch ne da kommt nicht rein sehr finster hier Buch ach ne doch es anscheinend doch war Bucher de Witt investigat... 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 into... mat... was? mat... met... met... matters... achso investigation into matter both public and private ah erstmal privatdetektiv das ist aber nicht die andere Seite oder? das sieht man schon wieder nach Vision aus guck mal da oben da schwebt Luftschiff die... haben wir glaube ich auch... so Luftschiff haben wir eben gerade schon mal gesehen gerade so also wollen wir uns verschießen die Statuen warum haben die Statuen Waffen? also... äh... ist das eine Waffe? ist das rechtes? das sieht zumindest gerade aus wie eine Schrotflinte der linke hat auf jeden Fall Stolzerschaft keine Realität ja... nee... nee... ach so die Schriftrolle er hat wieder das Klaudium dabei warum war da vorhin ne Glocke? ... und rausfinden wo ich bin jaja Vater Franklin erhielt einen goldenen Schlüssel auf das Edens Industrie es über alle anderen Nationen erheben solle ach das ist der Schlüssel vater Jefferson erhielt eine Rolle auf das Edens Gesetze es über alle anderen Nationen erheben sollen und jetzt? und so erneuern wir jedes Jahr unser Bekenntnis zu den Gründern und dem Propheten Vater Comstock bekennen uns erneut zum Propheten Vater Comstock auf das wir auf dem Vater ja ja ok ich hör das hier mal ein bisschen ab und la aber das ist wirklich unser Prophet füllt die Lungen mit Wasser auf das sie die Luft umso mehr lieben aha das ist ja schön Lungen mit Wasser füllen das erinnert mich da muss ich wieder an Game of Thrones denken die haben da auch einen ertrunkenen Gott der ist da die ertränken auch ihre Leute um die dazu bekehren das ist so um die guck mal Kolibri Kolibri und der Rolle und dem Schlüssel Amen warum unten war doch ne Glocke da war doch kein Schwert oder? oder bin ich jetzt komplett durch den Wind? dass eine Stadt fliegt heißt nicht dass keine Idioten drin wohnen in der Tat nicht also gut ich muss das Mädchen finden der Samen des Propheten soll sich auf den sitzt auf den Thron und ertränken in Flammen den Berg der der Männer also der Menschheit man heißt wahrscheinlich Menschheit in diesem Zusammenhang ach ich bin so schlecht in der Englische Ass kann man sich kaum vorstellen hui eine Stadt neben den Wolken ist nicht schön wir landen anscheinend gerade an mit unserem Ort hier ah landen wir ja nicht hier doppelt an guck mal da hinten gibt es Hotdogs was haben diese Leute vorher gemacht die diesen kleinen Abschnitt hier waren? kann man da hat das Ding ja nicht im Keller? schön dass sich das alles so voll gemacht funktioniert das ist ein dickes Stadtpark Hotdog Essen so ist der Plus Fresh Popcorn 1 Dollar wunderschön oder ach Creme malziges Popcorn nehmen zack mom 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 da kann ich noch mehr nehmen ne ich hab auf jeden Fall erstmal das ist nämlich zu heilen das ist ja schön da ist ja ne Glocke eine Abschrift der letzten Rede des Propheten an euch das Volk von Columbia über die heilige Vergebung unserer lieben Lady Comstock unserer geliebten Mutter der Vergebung ja super guck mal da vorne das ist der Bildschirm aus dem Anfang was The Tower protects the lamp from the Falls Shepard ah gut also der Turm beschützt das Lamm vor den falschen Hürden ist nicht für eine Liberty Scout da zählen keine Wünsche nur Pflichten ist ja nett er scheint darüber sich nicht so doll zu freuen über die Liberty Scout dass es da nur Pflichten gibt und keine Rechnung ich glaub die wollen jemanden wählen ja Glaube, Frieden, Vermögen und Vaterland also gegen Glaube kann man schon sein Repairing Find Custom Work especially ja Gesundheit na prächtig das Hipsterrad gibt es hier auch nur das es damals wahrscheinlich kein Hipsterrad war ah schön jetzt haben wir hier noch Pilgrums Willkommen jawoll wir sind doch Pilger ich will die Lampe klauen ich will oh ein Voxophon hören wir uns gleich an hey Lauscher 280 das kann dauern die Jahre die 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 Statue wurde noch nicht geliefert die 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 Statue der Brunnen ist voller Regenwasser Herrgott nicht mal die Ringelblumen sind gepflanzt alles Arbeiten die schon vor Monaten fertig sein sollen aha aha und wissen Sie was dieser Mensch zu mir sagt? dass er müde sei dass ihm die Arbeit ausgelaugt hätte man merkt dass er nicht gearbeitet ich sage guter Gott mann verschonen Sie mich arbeiten Sie mhm sind Sie bald fertig da unten? ja Sir das ist auf jeden Fall ein netter Mensch das ist gar nicht arrogant aber wir haben noch einen Audi-Lock jetzt können wir uns mal anhören und der Erzengel offenbarte mir eine Vision eine Stadt leichter als Luft ich fragte ihn warum zeigst du mir das Erzengel? ich bin kein starker Mensch ich bin kein aufweichter Mensch der Heilwiesau Pilgumswelcome Astroboard aber Fauna Special er aber sprach jene wunderlichen Worte zu mir guck mal das hat keine wunderlichen Worte am Tisch der Heilwies-Prophet doch wenn einer wie du Gnade erfahren kann kommt hier nicht die Kanalisation her wie kommt es, dass niemand sonst sie in sich findet ahja guck mal die Elektro-Pferde die haben nicht mal richtig Pferde aber scheint irgendwie kaputt zu sein so wie es ausschaut weil es irgendwie aha scheint ja nicht so richtig gut zu funktionieren das Vieh Das ist das Lamm ist ein Lamm der Heilwiesau der Heilwiesau eine Vision von einer große Stadt und er oft wartet ihm die Zukunft der Prophet Comstock ließ die Leute aus der Zoll- und below GOMORRA die Melkischenheit ist nötig der Zukunft der Stadt ist gefordert ach das ist also ein wunderkind das ist ja interessant aber finde ich schön übrigens wie wahrscheinlich das Läden die Comstock sein so einen Heilienschein hat das Lamm auch aber Comstock nicht das ist ja sehr interessant Denn der Prophet sagt, dass die Il-Turm das Sodor unter uns zerstört. Sie sind doch... Du musst warten wie alle anderen. Sie sind ja auch sehr... Alles klar. Viel Glück bei der Verlosung, Leute. Ah ja, was für eine Verlosung eigentlich? Also, wenn sie zu richtigen Veranstaltungen zu gehen, ist nicht leicht. Man kann nicht überall sein. Man verpasst immer etwas. Ja, die Bullen sehen auf jeden Fall sehr witzig aus. Was machen die da oben? Hm, scheinbar rumzeigen. Auch sehr interessant. Nun gut.